Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 18. September. Guten Morgen bei Geek Talk Tele. Jan aus Wien hier. Ich begleite euch die Woche wieder durch die Digitalthemen. Heute geht es um TT Tech, GoPro Hero 6 Black, Magin TV, Essential Phone, Amazon Locker, Chrome, Motorola, Microsoft Pix und macOS High Sierra. Wir beginnen mit TT Tech. Das ist ein Wiener Unternehmen, das sich um autonomes Fahren kümmert, arbeitet aktuell vor allem mit Audi zusammen und sorgt zum Beispiel im neuen Audi A8 für sichere Internet-Datenübertragung. Der deutsche Hersteller ist mit 32% auch der größte Aktionär. Jetzt gibt es aber neue Aktionäre. Samsung ist eingestiegen. Die investieren 65 Millionen Euro in das Wiener Unternehmen. Wir kommen zu GoPro und dort gab es ja auch letzte Woche schon einige Gerüchte zur GoPro Hero 6 Black. Die soll ja bald kommen. Mittlerweile hat sie Best Buy in den Kanada auch ganz kurz gelistet gehabt, inklusive Fotos tatsächlich schon. Optisch tut sich nichts viel. Die inneren Werte waren auch aufgelistet. Da wird es schon spannender. Das Modell soll jetzt endlich 4K mit 60 Bildern pro Sekunde unterstützen. Für Slow-Mo-Aufnahmen wird es noch interessanter. Dort sollen dann 240 FPS möglich sein bei 1080p-Aufnahmen. Wasserdicht soll das Gerät ebenfalls sein. Bis 10 Meter der Sensor soll mit 12 Megapixel auslösen. Der Retail-Preis in Kanada liegt bei 649 kanadischen Dollar. In den USA sollen es 499 US-Dollar sein. Wir kommen zu Imagine TV und die sind jetzt auf Playstation 4 und Playstation 4 Pro verfügbar. Im Endeffekt ja ein TV-Stream-Anbieter quasi. Kleine Vorteile gibt es auch. Playstation Plus Mitglieder erhalten das Basic Plus Paket zum Preis des Basic Pakets. Im Endeffekt habt ihr also damit quasi die Möglichkeit, TV-Sender und den Streams auf eurer Playstation 4 zu gucken. Ist vielleicht eine spannende Variante. Preislich geht es da bis 20 Euro im Monat. Da sind dann auch sehr viele internationale Sender und sehr, sehr viele Kanäle in HD dabei. Wir kommen zum Essential Phone. Das Phone von Andy Rubin, dem Android-Erfinder, sagen viele. Und das hat ja einen relativ schweren Start. Es gab auch das ein oder andere Daten-Lag. Und aktuell ist dieses Handy zumindest mal in den USA erhältlich. Das soll sich aber ändern. Der Konzern hat jetzt quasi verlautbaren lassen, dass man sehr stark und mit Hochdruck an einem Start in Europa arbeiten soll. Wir kommen zu Amazon und die sind schon weiter, was den Start eines neuen Dienstes betrifft. Nämlich den Amazon Locker. Im Endeffekt, ja, eigene Abholstationen nur von Amazon. Da sollen jetzt wesentlich mehr Standorte und wesentlich mehr Städte folgen. Vor allem mal in Deutschland. Da gibt es auch neue Partner, O2-Shops, Shell-Tankstellen. Ja, im Endeffekt sogar in Spedis sollen dann solche Abholboxen mal stehen. Ja, wird spannend sein. Amazon geht da auf große Konkurrenz mit den anderen Auslieferern. In einigen Städten, wie zum Beispiel München und Berlin, hat man sich ja bereits ein eigenes Logistiknetz aufgebaut und muss gar nicht mehr auf andere Auslieferungsdienste zurückgreifen. Wir kommen zu Google Chrome und dort gibt es die News oder die Ankündigung, dass man im Jänner 2018 dann in den Browser auch ein Autoplay-Block-Feature einbauen will. Das ist jetzt nichts Großesiges Neues. Safari wird das in Zukunft unterstützen. macOS High Sierra steht vor der Tür. Aber es ist zumindest schön, dass Chrome da alles nachzieht. Ab Jänner werden weder in Safari noch in Chrome Videos einfach automatisch zum Abspielen beginnen. Wir kommen zu Motorola, bleiben indirekt so ein bisschen bei, sagen wir mal, Google-Produkten. Da geht es jetzt darum, wie die Android-Oreo-Ausrollung quasi passieren soll. Und Motorola hat sich da relativ, ja, Zorn zugezogen. Bei dem Ausrollplan von Android 8 sind viele Geräte gelistet und das ist auch alles ganz positiv. Aber die Motorola G4-Reihe nicht. Die wurde Mitte 2016 vorgestellt. Damals gab man sich noch großmundig, dass die Updates erhalten sollen. Wie es jetzt aussieht, zumindest auf der Roadmap, sind diese Modelle aber nicht gelistet. Wir kommen zu Microsoft Pix. Das ist eine Kameraanwendung von Microsoft eben für das iPhone, die mit relativ vielen netten Filtern arbeitet, die auch irgendwie Bildinhalte erkennen sollen. Jetzt neu dazu ist auf der einen Seite mal, dass es einen Dokumentenscanner gibt. Auf der anderen Seite wurde die App auch an die iCloud angebunden und man kann so auch Fotos in die iCloud schieben. Wir kommen zu Apple-Themen. Zuerst ein kleiner Nachwehen der Keynote letzte Woche und eine Änderung, die sehr viele Nutzer sehr bald merken werden. In iTunes 12.7, das dann mit macOS HS Sierra bald starten wird, wurde das App Store entfernt. Das bedeutet, ihr könnt in iTunes keine Apps mehr herunterladen für euer iOS-Gerät. Man kann keine Apps mehr auf die Geräte übertragen. Ein relativ radikaler Schritt, den sie jetzt auch sehr stark durchgezogen haben in der letzten Beta, konnte man schon nicht nur wirklich zugreifen. Ich dachte, es sei ein Fehler, wie sich es herausstellt. Es ist kein Fehler. Das App Store für iOS-Apps ist ab sofort nur noch auf iOS-Geräten, also iPhone, iPad und iPod Touch. Erhältlich auf dem Mac gibt es gar nichts mehr. Nicht nur keine Download-Funktion, sondern das ganze Store wird nicht angezeigt. Heißt, ihr könnt auch nicht mehr Mac im App Store euch umsehen. Wir bleiben beim Mac und ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, macOS HS Sierra kommt bald. Die Hinweise verdichten sich. Ich meine eigentlich, wir haben schon den Release-Datum. Der 25.9. soll es sein. Ende letzter Woche erschien dann Gott sei Dank auch noch endlich die Golden Master. Bedeutet quasi die Version, die ziemlich sicher veröffentlicht werden wird, wenn es keine großen Fehler mehr geben wird. Die erschien für Entwickler als auch für Public Beta-Tester. Das heißt, falls ihr schon ein bisschen früher umsteigen wollt, jetzt ist es, glaube ich, schon mal relativ safe. In sieben Tagen, also einer Woche, ist es ja ohne dies soweit. Und die Version, die man jetzt laden kann, wird dann veröffentlicht werden. Trotz allem, wie immer, Warnung vor Beta-Systemen. Das war's für die heutige Ausgabe. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und einen schönen Montag, obwohl es eben ein Montag ist. Wir hören uns dann morgen wieder. Viel Spaß und schönen Tag. Bis bald. Hört mehr Geek Talk.